Wir haben eine Sechsin als Physiklehrerin und die tickt... Äh... Äh... Hm? Äh... Was denn? Sieht das lustig aus, oder was? Ich setz mich mal drauf. Warte... Guck mal auf meine Seite! Sieht aus wie auf dem Klo, der nach Klopapier greift, so... Ich brauch Klopapier, ich komm aber nicht ran, Scheiße! Liegt im Keller, alles gebunkert. Hat der auf der anderen Seite dasselbe? Ich seh das nämlich auf dem Bild nicht. Warum solltest du zwei... Toll, er ist kaputt gemacht. Sollte er wahrscheinlich nicht haben, aber... Äh... Nein, zwei Steuerstände hat er nicht. Aber was ist auf der anderen Seite? Da ist ein... Eine Halterung für einen Monitor und für die Trage. Aha, okay. Du kannst ja dir mal das Bild vom Heck angucken. Okay. Da ist genau die... Da ist genau die Seite da, wo... Genau auf die andere Seite. Genau. Genau die andere Seite. Auf der anderen Seite. Was wollte ich... Ich bin mit den Schlitzen immer noch nicht fertig. Weiß ich doch. Was geht jetzt ab? Ich glaub, Squirt Mechanics spinnt heute ein bisschen. Ja, das ist halt das Internet. Ja, jetzt... Da hat er nicht zu viel davon. Achtung, ich tu einmal kurz Position wechseln. Nein! Oh mein Gott. Spaß. Ich dachte grad schon... Oh, was hab ich jetzt für Irr gemacht. So ein Scheißer, man. Oh, hups. Ich hab ihn glaub ich umgebracht. Hinüber. Disconnect. Aggression. Nukes. Scheiße. Alles kaputt. Apropos kaputt. Wir müssen uns den auch noch heute abspeichern. Mhm. Sollten wir. Besser. Besser so. Ob wir ihn hochladen? Ja, schon. Ja? Ja, freilich. Was hast du denn gedacht? Denkst du, ich baue hier einfach so aus Spaß oder was? Jo. Achso, ja dann. Nein, wir können ihn hochladen. Bist du sicher? Aber mich als... Aber mich als Mitbauer erwähnen. Ja, mal gucken. Was heißt das denn? Ja, mal gucken heißt das. Was soll das denn heißen? Verstehst du meine Sprache nicht? Ne, da ist so ein komischer Dialekt hinter. Achso. Ich bin nur Hochdeutsch, weißt du. Ei. Und der wird bloß am Heck an... Aber es sieht ja schon mal gut aus, oder? Mhm. Bleib mal sitzen. Ja. So. So. Jetzt bloß noch mal Elektronomotor. Achso. Uah! Uah! Oh mein Gott! Hilfe! Du, mal ne Frage. Sollen die Stützen so weit draußen bleiben? Die fahren noch weiter raus. Jaja, aber so können wir nicht fahren. Äh. Ups. Ich seh's gerade. Du musst... Mach doch die Stützen ganz nach oben, oder? Sind sie doch im Echt auch. Oder? Im Echt ist tatsächlich... Im Echt ist tatsächlich noch Platz. Ja, schon. Aber nur wenig Platz. Und ich baus rum. Kann... Kannst du mich wieder... Kannst du das wieder gerade machen? Weil, ähm... Das irritiert mich. Ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Naja, das weiß man so auch nicht. Echt? Doch. Ja, siehste? Weil wenn du nach vorne guckst, hast du ja einen Leiterpark vor dir. Achso, ja. Trotzdem. Das ist verwirrend. Das ist nicht... Ich bin alt und grau. So, jetzt schau ich mal das Bild von hinten an. Wie sieht denn das aus? Und sind alle auch selber von mir gestoßen? Das musst du überlegen. Ja, schrecklich. Nicht. Was ist denn noch? Ich kann so schlecht erkennen, was auf der rechten Seite ist. Warte mal. Ich mach mal auf Original anzeigen. Da sehe ich bestimmt mehr. Ah. Okay. Und den Monitor kannst du denn am Kopf machen? Äh... Ja. Bei dem alten Ding oder was? Ja, natürlich. Ach krass. Voll Hightech. Äh... Nein. Nö. Aber hat schon einen Monitor und so. Monitor, das ist die Fachsprache für Wasserwerfer. Achso. Ja, gut. Das war's wieder. Du siehst, ich komm vom Fach. Äh, ich sag mal nein. Nö. Computer sagt nein. Die ist von. Ich hätte gerne eins pissen. Ausverkauft. Oh. Schon wieder. Hä, waren die jemals nicht ausverkauft? Ja. Okay. Zu... Zu... Zu Nicht-Corona-Zeiten. Hm. Achso. Okay. Okay. Ich muss sagen, in echt tut er tatsächlich lecken. Also... Was lecken? Lecken. Also da kommt ein bisschen... Hydrauliköl raus. Aber dann... Achtung hochfahren. Das sagt er, wenn er's macht. Also wirklich. So muss das. So muss das. Was ist denn das? Ach du Scheiße. So, aber dann darfst du nicht vergessen, dass Martinshorn muss noch rein. Ja, das kannst du bauen. Obwohl ich hab mal so ein, äh, Martinshorn... Ne, hab ich nicht. Müsstest du eigentlich. Du hast ja auch schon einen Feuerwehrwagen gebaut. Ja, ich bin grad tatsächlich am überlegen, ob ich eins hab oder nicht. Eigentlich müsstest du eins haben. Ja. Aber Palabra? Ich weiß es nicht. Ob ich eins noch habe. Hm. Muss man mal gucken. Sonst können wir das doch eigentlich aus deinem Haus bauen. Ja. Schon. Achtung. Baum fällt. Oh mein Gott. Oh, in diesem Fall. Warte, ich hab doch hier grad... Ach. Oh oh. Supi. Was und jetzt? Game ist gecrashed. Echt? Ja. Oh, endlich allein. Hey. Oh mein. Ja, was machen wir da jetzt? Scheiße. Ja, ich join neu. Hä? Wann? Jetzt. Oh klar. Nein! Scheiße. Ah! Andere Seite auch noch. Oh mein Gott. Fuck. Oh je. Sowas blödes aber auch. Was? Rechtsklick-Button? Ja, gespammt hier. Alles. Oh. Alles kaputt. Oh. Ach du Scheiße. Und jetzt habe ich es auch noch falsch angeschmeißt. Oh. Oh nein. Nee. Oh. Jetzt ist mein Spiel auch noch gequäscht. Scheiße. Jetzt komme ich bestimmt nie mehr drauf. Verdammt. Fuck. Was machen wir da jetzt? Neu anfangen, oder? Ja. Gar kein Problem. Ich weiß, dass du mich gerade verarscht hast, weil... Ach Quatsch. Das kann gar nicht sein. Ich sehe nämlich noch, dass du im Discord noch drin bist. Das ist scheiße. Schon viele Leute haben ein Spielchen mit mir gespielt. Aber jeder hat verloren. Das... Das sind weise Worte. Lass dir das ein leeren sein. Okay. War ja ein Versuch wert. Du sagst, wenn ich wieder online gehen soll. Ja. Ich sag dir denn Bescheid. Oh oh. Ich glaube, da kam gerade... Die Post? Auch. Apropos Post. Wo ist mein Paket? Kam die heute nicht. Nee, äh... Ich glaube, die Fahrerin ist besoffen gegen Baum gefahren. Was? Ach nix. Ach nee, ich habe ja heute ein Paket bekommen. Ach egal. Vergiss die letzten 10 Minuten. Vergiss die letzten 10 Minuten. Ich habe sie eh nicht verstanden, die letzten 10 Minuten. Rede ist so undeutlich. Was? Was? Wieso? so könnte es jetzt einmal neu online gehen jetzt musst du warten los geht auf den strich ja übersetzung online habe lustig ok dann gehe ich mal online lasst den mal wieder rein bin online bin drin gott sei dank wo man sagt ich joine drin bin ich noch nicht der eine vogel hängt kopfüber an der schlange ok muss ich mir sorgen machen wer weiß wer weiß ab und zu fangen dann auch mal die vögel an über die tasse putz laufen wie schön macht mein hund auch immer danach kann ich den pc neu starten weil nix mehr funktioniert der eine vogel steht auf alt und der andere auf f4 supi alt f hier wie ein gamer natürlich was ja man will irgendwas weg machen klickt was anderes an dann passiert das und dann dies das ist aber ein sind was alles passiert obwohl man das alles gar nicht will dies das ananas jetzt habe ich genau den blog raus gemacht den ich jahrelang gerade gesucht habe das macht mich wahnsinnig manchmal ach so hi ich bin wieder da wo der auserwählte ist erschienen hier bin ich hinter dir gucku ich will schnell wegschauen oh gott ist ja hässlich ach Mensch wie mache ich das denn am schönsten das ist halt hier ah nee das ist glas toll den blog gibt es als glas wow square, middle ich brauche den nicht als mittel hier bist du das was ich suche komm schon ja ja das ist der blog den ich brauche wuhuuu was fragt einfach nicht möchte ich auch gar nicht gut so mensch jetzt wollte ich einen normalen block bauen jetzt habe ich einen piston gebaut harte so schließfächer äh okay bei mir hat gerade der ganze truck einfach mal angefangen zu zittern hm hm ich glaube den ist kalt meinst du ich glaube den ist ziemlich warm der muss gleich Brände löschen hm also der hat noch nie so einen richtigen Brand gesehen zumindest unsere echt also seitdem wir den haben das ist ja ein trauriges Leben für einen Feuerwehrwagen das ist ja ein trauriges Leben für einen Feuerwehrwagen dafür hat er schon durchradier Sequenzen gesehen was für ein Radierer wir sind damit schon durchradiert ok was ist das burn out was ihr habt mit dem burn out gemacht oder was ja theoretisch hätte der ein bisschen mehr power dann könnte der auch dürften weil es ein hack ist ja schon aber ähm hallo was macht ihr denn mit dem Feuerwehrwagen ja war halt nass ja ja schon klar ja ja schon klar und wiese und wiese achso ja gut okay hahaha na gut ich wollte schon hier äh Beschwerde bei dem Aufsichtsamtmann hier driften mit dem Feuerwehrtruck also wirklich machen die Amis auch nicht anders ja die haben geil kennst du kennst du die Tillert äh Tillert äh Feuerwehr tatsächlich ja die kenn ich tatsächlich ja die sind echt cool da hab ich dir auch mal eingebaut wollen wir sowas mal in Deutsch bauen in Deutsch in Deutsch gibt's sowas in Deutsch nein aber erfinden kann man es immer noch also mal die ersten eben ja klar warum nicht ne boah das war jetzt ey das war jetzt ein Kampf das hier zu bauen sag ich dir sieht auch gut aus ja will ja erhoffen pass auf ich tu ihn einmal aufsockeln was warte warte ich fahr' warte ich fahr' ey ich bin doch nicht um so jetzt oh das Blaulicht ist kaputt scheiße auf der einen Seite lol bei dem einen ist das Glas weg bei der anderen ist die Birne weg okay müssen wir uns was anderes einfallen lassen jetzt fahr' jetzt fahr' jetzt fahr' der schon wieder hoch ja ich wirst die Stützen bauen das irgendwie hält er nicht an wenn ich es will Böses Feuerwehr Böses Feuerwehr Auto Böses Böses Böse DLK ja halt die macht immer noch einen guten Job und dafür dass die 25 Jahre alt ist was die für Technik drin hat ja das ist halt so alte Sachen sind einfach am besten ja da kann auch keiner was anderes sagen alt ist geil böses Feuerwehr ach 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 so Stützen wären theoretisch fertig ne doch super so jetzt fälltste runter bin ich schon unten ja ok habe ich gar nicht gemerkt schon abgehärtete fahrg kraft ja irgendwie schon so oft die treppe runtergefallen normal gehört dazu ist ja normal so weiß was mir was mir einfällt noch nicht wir haben ja auch kein motor drin wir können nicht mal eine testfahrt machen das muss ich gern schnell ändern ja mach mal wollen wir mal so richtig volle pulle machen nein ja was nein war ja 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 heiß lecken ja wo mache ich den motor am besten rein es sieht schon gut aus hier hinten das ding ja es ist eigentlich zu niedrig steht die leicht schräg auf dem dach oder ist die ganz gerade die feuerwehrleiter hinten wenn sie eingefahren ist die ist schon gerade drauf gell die ist gerade drauf ah jemini was haben wir denn hier für eine reihe ach das passt sogar ne passt nicht ich muss eine blockreihe muss ich noch hoch scheiße so wie sieht es aus testfahrt ok ok ok